Hallo und willkommen zur neuesten Folge der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute spreche ich hier wieder Raphael. Hallo Raphael. Hallo. Und natürlich mit dem David. Hallo David. Hallo auch von mir. Und heute ist eine besondere Folge. Heute machen wir eine Folge über was muss man als Neueinsteiger wissen über DSA. Wir hatten von Feedback, wo es hieß, ja, also einige Sachen verstehe ich nicht. Wer ist Prajos? Muss man den kennen? Hat man den schon mal gehört? Oder ja, Prajos habe ich mal gehört. Der verbrennt doch einfach nur alle, oder? Inquisition, ne? So etwas. Und um mit dem einfach mal aufzuräumen, haben wir gedacht, wir machen also eine Folge für Einsteiger oder für Leute, die noch nicht so lange dabei sind. Und da habe ich ja natürlich die beiden, die sehr viel wissen. Das freut mich. Und wir fangen mal an mit Dere. Was ist Dere, David? Ja, Dere ist im Grunde die ganze Welt, also der Planet, die Welt, in der Aventurien liegt. Wobei Aventurien die Welt des schwarzen Auges ein Kontinent ist, es aber eben noch auf Dere weitere Kontinente gibt und gewaltige Ozeane dazwischen. Und Dere ist kein so übermäßig großer Kontinent, hat aber eine ganze Menge ganz unterschiedlicher Klimazonen und bevölkert auch sehr viele unterschiedliche Kulturen und Völker. Äh, Aventurien meinst du? Genau. Jetzt habe ich es jetzt schon. Genau. Aventurien. Dere ist alles, Aventurien ist der Kontinent. So rum. Okay. Okay. Und in Aventurien spielt also DSA. Und dann können wir ja nochmal eine kleine Übersicht, was gibt es denn noch für Kontinente? Und was spielt, den spielt da überall DSA oder ist das dann wieder was anderes? Raphael? Ja, also es gibt ein paar weitere Bekannte zumindest. Das eine ist im Süden, das sogenannte Uturia, wo es auch Möglichkeiten gibt, wirklich echtes DSA zu spielen. Dort könnte man theoretisch rübersetzen und Expeditionen ausrüsten. Das ist so ein sehr großer, unerforschter Kontinent, eher so ein Regenwald-Dschungel-Setting. Nordöstlich, also geografisch gesehen, ist es wahrscheinlich noch ein Kontinent, weil er zusammenhängt, liegt das Riesland, ist aber durch ein mächtiges Gebirge, das eher ein Schwert von Aventurien getrennt, das sich auch nicht passieren lässt. Das Riesland ist ein sehr unbeschriebenes Platz absichtlich. Da gibt es ein paar Fanprojekte zu, aber mit Absicht eher ein unbeschriebenes Platz, wo man nicht genau weiß und Riesen logischerweise da leben, wie es der Name sagt. Und im Westen, ich bevorzuge die Bezeichnung Güldenland, so wie man es in Aventurien bezeichnet. Die lokalen Leute dort nennen es Myranor, liegt ein Kontinent, der um ein Vielfaches größer als Aventurien ist und wo tatsächlich die Geschichte vieler Aventurier eigentlich herkommt, weil von Güldenland aus sind damals vor vielen tausend Jahren sehr, sehr viele Leute übergesiedelt ins heutige Aventurien hinein. Aber das sind sozusagen, was man noch so finden kann und zumindest in den beschriebenen Quellen. Es gibt noch genügend Legenden über Dutzende andere Sachen vermutlich, aber ich glaube, das sind die wesentlichen. Und die nennt sich ja selber Myranor und es gibt ja auch eine Regeledition Myranor. Die gibt es, aber ist nicht mehr so aktuell und ich kann nicht genau sagen, wie es da weitergeht. Also da bin ich nicht informiert, ehrlicherweise. Aber ja, für Myranor gibt es ein Regelsetting, was aber auch schon ein bisschen in die Tage gekommen ist. Ich würde denken, es gibt immer so lose Ankündigungen. Eines Tages wird das nochmal ordentlich aufgeräumt und auf die Logik von der fünften Edition angepasst. Aber dieses eines Tages kann, glaube ich, noch viele, viele Tage dauern. Ich glaube, so von der Geschichte her war so mein Eindruck oder die Info, dass Myranor praktisch der DSA 4.1-Test-Kontinent war und das dann ein bisschen anders sich entwickelt hat, aber so grob 4.1 und dann kam aber nicht DSA 5 erst nach Myranor und dann nach Aventurien, sondern... Von der Regeltechnik her, ja, genau. Vom Hintergrund natürlich ist das ja... Man sagt so immer ein bisschen... Viele Leute sagen, so will ich es formulieren, weil ich es nicht ganz so sehe, Aventurien ist eher sogenanntes Low-Fantasy und das Güldenland ist eher High-Fantasy, wo Katzenmenschen herumlaufen und Löwenartige und diverse riesige Dinge passieren. Ich finde, Aventurien ist schon sehr Fantasy-lastig für mich. Also das Low-Fantasy finde ich ein bisschen unter... Trieb das nicht ganz, aber klar, es sind alles schon noch sehr humanoide Gestalten, die man da spielen kann in Aventurien, das stimmt natürlich. Okay. Man muss auch sagen, vor ein paar Jahren, ich weiß nicht genau wann, ist die Lizenz von Myranor wieder von... Also sie ist zu Ulysses zurückgegangen. Die hatten die ja unterlizenziert zum Urwerkverlag. Und Ulysses hatte mal gesagt, sie wollen noch mal was machen. Schon sagt, dass das anpassen. Wann, wie, wo, wissen wir. Schauen wir mal, was so passiert. Okay. David, wir haben jetzt unseren Kontinent Aventurien. Gibt es da ein großes Reich irgendwo in der Mitte? Vielleicht ein Mittelreich? Genau, das gibt es. Und es liegt tatsächlich auch genau in der Mitte. Also es hat mal zu früheren Zeiten ein Autor gesagt, das ist so ein bisschen Deutschland und die liebsten Urlaubsländer der Deutschen drumherum. Und natürlich ist dann das Mittelreich auch das größte Reich und hat in sich auch wieder eine große Vielfalt an Kulturen. Es gibt die eher so klassisch mittelalterlich angehauchten Länder und es gibt dann auch im Mittelreich Regionen, die vielleicht eher frühneuzeitlich geprägt sind oder sich auch an verschiedenen realen Vorbildern so ein Stück weit orientieren. Und das Mittelreich, das deckt quasi fast alle gemäßigten Klimazonen ab auf dem Kontinent. Es gibt dann den Bereich im Süden noch darunter, da ist eine große Wüste, die Kornwüste und dann eben auch Länder, die eher so mediterran oder noch weiter südlich vom Klima her sind und auch weiter noch im Süden richtig tropische Gegenden. Und nördlich des Mittelreiches gibt es noch so einen Bereich, der ist so gemäßigt bis kühl, ich sag mal skandinavisch und dann eben das ewige Eis. Aber das Mittelreich ist tatsächlich, wenn man nur auf die reine Ausdehnung schaut, der, ja, das größte, das größte Reich Turien und ist auch für viele Helden der Herkunftsort oder Geburtsort. Und es gibt in dem aventurischen Almanach, oder kurz das Exzision-Regelwerk, Ulysses sagt, du brauchst zum Spielen grundsätzlich nur das Regelwerk plus den Almanach und dann gibt es zwar noch so Regionalbände oder so, aber die sind halt nicht zwingend erforderlich. Und im Almanach, falls ihr euch das mal holt habt, dann findet ihr auch so eine schöne Übersichtskarte, da habt ihr dann das Mittelreich in der Mitte. Und dann das, ja, eigentlich das wichtigste Reich überhaupt, die Bingen der Zwerge direkt im Mittelreich. Ich warte ein bisschen geteilter Meinung sein, als Autor, Mitautor einer Elfenkampagne muss ich natürlich da ein bisschen gegenhalten. Aber ja, die Bingen der Zwerge, die liegen ja auch nicht mehr, nur geografisch im Mittelreich. Es gibt tatsächlich im Wesentlichen mehrere Zwergenvölker. Xorlosch ist sicherlich eine der wichtigsten Bingen. Es liegt genau im Mittelreich. Aber mittlerweile hat es auch die Zwerge ein Stückchen weiter in den Südosten, in so ein eher arabisch angehauchtes Setting vertrieben. Die Tulamidenlande und den angrenzenden Rashtulswall, also ein sehr mächtiges Gebirge, weil auch durchaus ein Grenzgebirge ist, aber eher auf der tulamidischen Seite, haben auch mittlerweile mit den Brillanzwergen eben auch einige dort eine neue Heimat gefunden, sodass die Zwerge halt kein mittelreichisches Phänomen sind, aber natürlich sich auch in gemäßigteren Zonen lieber umhertreiben, als in Wüsten oder im ewigen Eis zu sein. Okay. Also wir können sagen, das Mittelreich ist, ja, Deutschland im Mittelalter, viele verschiedene kleine Staaten, die aber in diesem Mittelreich mehr zusammenarbeiten und einen gemeinsamen König oder Königin haben, auf die sie auch hören. Ja, das war schon mal anders. Also es gibt den Kaiser, beziehungsweise aktuell die Kaiserin. Die ist formell die Herrscherin über alle Mittelreicher und über alle Könige, Fürsten und so weiter. Vor, also als viele DSAler angefangen haben, 1984, da gab es noch den sogenannten guten Kaiserhall. Das war wirklich so ein echter, also zumindest von seiner Titel her, als nicht ausgelebt, aber das wäre so ein echter Kaiser gewesen, der wirklich alles formal unter sich hatte, weil sein Vorgänger, sein Vater Reto eben das auch entsprechend zusammengeholt hat. Es hat viele Schicksalsschläge für das Mittelreich seitdem gegeben, die man auch in vielen Abenteuern miterleben konnte. Und die neue Kaiserin Rohaja, die Enkelin von Kaiserhall, ist tatsächlich zwar formal eine Kaiserin, aber auch eine reisende Kaiserin. Das heißt, ihr eigentlicher Kaiserhof ist durch einen Schicksalsschlag nochmal zerstört worden in Garret. Sie reist jetzt durch ihre Provinzen und die Provinzherrscher sind schon sehr mächtig. Sie beugen zwar das Knie vor ihr, aber es gibt welche, die tun das in Brünstiger, wie zum Beispiel die Herzogin von Weiden, die auch ihre Schwertmutter ist. Weiden ist Schild des Reiches und Weiden steht immer zur Kaiserin. Das wird auch immer so sein. Und andere wie zum Beispiel die Herrscher aus Nordmarken oder Almada, die doch etwas mehr von ihrer Freiheit für sich beanspruchen und zwar auf die Kaiserin durchaus hören, aber eben nicht im Sinne von, also gefühlt so ein bisschen wie in der Bundesrepublik vielleicht, wenn man sich die Corona-Krise anschaut und doch jeder Ministerpräsident doch ein bisschen sein eigenes Ding machen möchte und nicht das, was Angela Merkel sagt. Also so ein Stück weit kann man das vielleicht auch vergleichen. Du hast gesagt, es ist ihre Schwertmutter? Genau. Rojaya ist damals als Knappin ausgebildet worden von der Herzogin Walpurgar von Weiden und dementsprechend eng ist die Bande auch. Und Weiden ist auch tatsächlich eine Provinz, wo so richtig das typische Rittertum durchkommt. Da hat Ehre noch viel zu sagen. Da ist Fortschritt ganz weit weg. Also so etwas Fortschrittliches wie Armbrüste wird man da schon selten finden. Da wird auf klassisches Rittertum gesetzt. Da haben die Leute ihr, man zählt nichts, wenn man in Anführungszeichen sich nicht zum Ritter schlagen lässt. Man hat eine Lanze dabei, ein Schwert dabei und wenn der Ork kommt, steht man in der ersten Reihe und verteidigt das Reich. Also das ist wirklich ganz klassisches Rittertum in Weiden. Okay, aber was ist eine Schwertmutter? Was macht die? Einfach nur die Ausbilderin oder? Genau, also sie ist als Knappin zur Herzogin Walpurgar gegeben worden. Das heißt, sie hat dort gelernt tatsächlich, jahrelang höfische Formen gelernt, den Schwertkampf gelernt. Wahrscheinlich noch Dutzende andere Sachen. Es werden mich alle Weidener Briefspieler, die ich kenne, wahrscheinlich verteufeln dafür, dass ich die Details nicht kenne. Aber es ist, ja, David hilft mir jetzt gleich bestimmt. Also ja, man wird da zur Ritterin ausgebildet und lernt dabei all diese Fähigkeiten, die ein Ritter erkennen muss. Und natürlich auch in dem Fall von Rohaya und Walpurgar sicherlich das eine oder andere politische, wobei Walpurgar von Weiden jetzt nicht die größte Politikerin ist, weil sie eben so eine geradlinige Ritterin ist. Die Vorstellung dahinter ist, glaube ich, einfach, dass eben auch die Tochter des Kaisers oder der Kaiserin eben diese klassische Ausbildung zur Ritterin durchlaufen soll, wie jeder andere Ritter, wie jede andere Ritterin auch. Und so wird sie eben knapp hin und nicht zu Hause, sondern eben in einem fremden Hof, um auch sich abzunabeln von zu Hause und neutral beurteilt zu werden, nicht immer den Kaiserinnen. Da kommen wir auch auf den Punkt zu sprechen. Gleichberechtigung in Aventurien. Jeder, egal was man ist, man kann alles werden. Kann man das so sagen? 99 Prozent der Fälle. Also es gibt Kulturen, wo es ein bisschen anders ist. Man hat die sogenannten Novadis eben, also dieses Wüstenvolk, wo man als Frau nicht wirklich, also zwar Einfluss haben kann, aber dann eben den Einfluss, den man als Ehefrau eines Würdenträgers hat, hinter den Strippen vielleicht ein Stück weit. Es gibt dafür andererseits Aranien, ein Matriarchat, wo traditionell eben die Macht bei den Frauen liegt. Aber im restlichen Aventurien, Nostria-Andagast ist auch noch ein bisschen was anderes, aber im restlichen Aventurien ist eigentlich eine faktische Gleichberechtigung. Und das interessanterweise auch schon von Anfang an. Also DSA ist ja eine Entwicklung der 80er Jahre und das war tatsächlich was, was von Anfang an tatsächlich, also wo auch andere Rollenspiele noch einen anderen Akzent gesetzt haben oder unterschiedliche Boni und Mali gegeben haben auf Werte, je nach Geschlecht, hat DSA von Anfang an schon gesagt, die Kriegerin ist nicht schwächer als der Krieger oder kriegt keine veränderten Mali, sondern alle Berufe können eben auch mit den gleichen Voraussetzungen von beiden Geschlechtern. Okay. Du hast es jetzt gerade schon erwähnt, also im Nordwesten des Mittelreiches haben wir die sogenannten streitenden Nostrierer und Andagast. Raphael, auf welcher Seite bist du? Bist du eher Nostrianer oder Andagast? Ich muss ja ehrlicherweise gestehen, da schlägt für mich kein, also ich mag die beide gleich. Ich würde mich in einen Streit nicht hereinlassen an der Stelle. So rein gefühlt, also ich stehe Wald näher als Fischen, sage ich mal so. Und die Nostrier haben ja die Salzarele, also den Fisch da in ihrem Wappen drin. Also gefühlt wäre ich wahrscheinlich eher Andagast, aber ehrlicherweise, nee, also da hänge ich an keiner Seite. Das ist ja tatsächlich auch, deshalb vielleicht für die Hörerinnen und Hörer hier ganz interessant, eine definierte Einstiegsregion, wo man sagt, wer in Aventurien mal anfangen will, mal locker eintasten möchte, der kann sich eigentlich in Nostrianer und Andagast ganz gut austoben, weil, ja, einerseits hat man wirklich so klassische Settings auch da, so ein Robin Hood oder sowas in die Richtung, das würde perfekt nach Nostrianer und Andagast packen. Da gibt es schon viel zu erleben und man braucht nicht so viel Hintergrund an der Stelle. Also man muss nicht gleich in die ganz großen Sachen eintauchen. Die Leute sind auch ein bisschen einfacher gestrickt manchmal. Es ist also überhaupt nicht schlimm, wenn auch der Magier der Runde, die beiden Magierschulen, die gibt es dort zwar, aber sind nicht die hellsten Leuchten am Magierhimmel. Also wenn auch der Magier der Runde nicht die ganze Magietheorie schon kennt, sondern einfach mal bodenständig mit den anderen darüber philosophiert, ob denn der Schlafplatz unter der Eiche besser ist als am Fluss oder sowas. Also das ist eine gute Einstiegsregion und dafür mag ich sie auch gerne. Ich habe auch schon ein paar Abenteuer dort gespielt, aber ich habe ehrlicherweise keinen Favoriten bei den beiden. Okay. David, du eher Nostria oder Andagast? Also ich mag die beide auch gerne tendieren, aber tatsächlich eher zu Nostria. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Mein allererstes offizielles Abenteuer, was ich für das schwarze Auge geschrieben habe, das ist in Nostria angesiedelt. Von daher hatte ich mich damals auch viel beschäftigt mit der Region, bei der Recherche, bei der Vorarbeit und ich glaube daher hat das so einen kleinen Sympathiepunkt mehr bei mir. Okay, dann haben wir jetzt schon die Region aufgeteilt. David ist Nostria und Raphael ist Andagast. Das Interessante ist, das seht ihr jetzt nicht in unseren Videos. David trägt blau und Raphael rot, was ja auch so die Farben der beiden Reiche sind. Was ist nun Nostria und Andagast? Das sind zwei Staaten, die nebeneinander existieren und eine Erzfeindschaft pflegen und sich eigentlich immer nur noch auf den Maul hauen und sich die Grenzen täglich, wöchentlich, jährlich immer mal wieder verschieben. Nun, wenn man jetzt den Nostrianer fragt, wer angefangen hat, sagt er der Andagast, und der Andagast sagt andersrum, der Nostria. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal im südlicheren Bereich an. David, erzähl uns doch mal Nostria. Was muss man über Nostria wissen? Ja, Nostria. Nostria liegt zu einem guten Teil an der Küste, auch an einer unruhigen Küste und ist zu einem weiteren guten Teil bewaldet, sodass man auch versucht hat, eben nutzbares Land dem Meer abzutrotzen durch den Bau von Deichen. Und die spielen eine große Rolle für die Nostria, denn wenn die nicht in Stand gehalten werden oder wenn eben eine große Sturmflut kommt, dann ist große Gefahr für die Menschen. Viele Nostria leben vom Fischfang. Die Salzarele ist auch Wappenfisch und Wappentier. Und viele Nostria sind auch von ihrem Wesen her, würde ich mal sagen, im Vergleich jetzt zum typischen Mittelreicher, stark auch vom Aberglaube durchdrungen. Man spricht nicht von den Göttern, man spricht die Götter gar nicht unbedingt mit Namen, man spricht eher von den Überderischen, weil man nicht genau weiß. Vielleicht gibt es ja noch irgendeinen, den man nicht im Blick hat, den will man auch nicht verärgern. Und die Götter extra mit Namen anzurufen, das macht man auch nicht ohne guten Grund, weil man will auch nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich lenken. Die Nostria sind vom Grunde her, würde ich sagen, eher bodenständig und ehrliche Menschen, sind Fremden gegenüber eher reserviert und misstrauisch, die bringen neue Ideen und andere neue Dinge, denen man eher so ein bisschen abwartend gegenübersteht. Und ja, Nostria wird regiert von einer Königin, die auch beim Volk beliebt ist. Und die Nostria werden eben stets bedroht vom feindseligen Andergast an der Grenze, die ihr größtenteils quer durch den Wald, durch den dichte Waldweg. Genau, dann steige ich mal mit Andergast ein. Das ist tatsächlich, also einmal kurz, ich meine, also das Andergaster Wappen ist die grüne Eiche. Ich weiß nicht, ob man rot oder eher grün als Farbe hat. Du hast mal den rot zugeordnet. Ich hätte ihn grün zugeordnet, aber wie dem auch sei. Weil die Andergaster leben im Steineichenwald, so heißt das Ding da oben. Oder die Waldwildnis wird in der Gegend auch gern bezeichnet. Das sind Holzfäller, die machen, ja, die verdienen eigentlich, die exportieren Holz. Und das ist es. Die gelten in Aventurien als Inbegriff der Rückständigkeit, so ein Stück weit, muss man auch sagen. Andergast ist auch noch ein sehr patriarchalischer Start tatsächlich. Da weicht man eben auch noch ein Stück von dem allgemeinen Setting ab. Und ja, das sind halt Naturburschen. So will ich es mal im wahrsten Sinne des Wortes formulieren. Sie hängen so ein Stück weit in so einer Sandwich-Position, weil auf der einen Seite sind die Nostrier, die können sie nicht ganz so ab. Aber gar nicht so weit weg sind auch die Orks durchaus, von denen mit dem Orkland, was ja nun die erstmal nun, wie eigentlich in generischen Fantasy-Spielen, auch im Aventurien einfach mal so die Rasse der Bösewichte ist. Also nicht im Sinne von, dass die, also im Sinne von einfach, dass sie Aggressoren sind. Sie sind aggressiv, die wollen expandieren, sie wollen gewinnen, sie lieben Wettstreit. Das sind jetzt nicht alles irgendwelche Dämonen anbetenden Wesen, die Orks, aber sie sind per se erstmal Gegner für jeden Helden in dem Sinne. Und das hat der Andergaster auch nicht leicht sozusagen zwischen Nostrian und Orks. Ja, vielmehr kann man ehrlicherweise aus meiner Sicht auch gar nichts für den Andergaster sagen. Es gibt da, wie gesagt, eine Magierschule. Die ist tatsächlich auch sehr gut spielergehalten, aus meiner Sicht. Wenn man mal einsteigen möchte mit einem Magier. Die haben nämlich, das ist eine Kampfzauberschule. Also man kann da auf vielen Abenteuern nützliche Fähigkeiten rausziehen. Und sie verstehen sie eben nicht so auf Magietheorie, dass man also auch sich nicht zu viel anlesen muss, wenn man mal einsteigen möchte und Magier spielen möchte. Man ist dann halt tatsächlich, also unter Magierkollegen wird man wahrscheinlich so belächelt, wie man vielleicht so der Hauptschüler von dem Gymnasiasten angeschaut wird oder so. Aber naja, man hat halt auch die Schule besucht und idealerweise auch einen Abschluss geschafft. Also deswegen, alles gut. Okay, können wir noch irgendwas sagen zu dem Kriegen, warum sie, weiß man? Wie tief willst du denn hier einsteigen in das, was als Meisterinformationen gerne bezeichnet wird? Also ja, es gibt da etwas dahinter. Ich würde es mal so vorsichtig formulieren. Die Spielleiterinnen und Spielleiter, die da mehr Interesse haben, ohne jetzt einen Werbeblock zu machen, sollten sich die passende Spielhilfe zulegen. Da wird sehr detailliert was zu beschrieben. Und ich glaube auch ganz spannend. Ich würde es hier nicht spoilern wollen. Es gibt einen guten Hintergrund. Der ist aber den Personen dort nicht bewusst, kann man so sagen. Muss ich auch sagen, ich habe es auch gelesen und war sehr erstaunt. Hatte ich schön aufgelöst. Aber ich denke, so gerade so als Spieler ist es auch, das Nichtwissen ist manchmal auch sehr schön, sondern sich einfach mit den Gegebenheiten, ja, einfach, man muss manche Sachen einfach hinnehmen. Die sind so. Also wir können sagen, es ist auch ein sehr mittelalterliches, es sind zwei sehr mittelalterliche Reiche, die auch auf einem ähnlichen Niveau sind, ein bisschen anderes Weltbild auch haben. Die Andergaster sind ein traditioneller, würde ich sagen. Und Nostria ein bisschen weltoffener, wobei also das bisschen weltoffen auch sehr schon sehr verschlossen sind. Aber zumindest sie sind etwas offen. Dann haben sie natürlich untereinander, haben sie auch noch Ränkespiele, sage ich mal, innerhalb des Reiches oder der Reiche, sodass da auch immer wieder mal was Neues passiert. Und dann würde ich sagen, Nostria, Nostrianer, haben ja mit ihrem Nachbarn auch noch ein Problem im Norden. Ja, Nordwesten wieder, also die Küste hoch. Das ist ja ein anderes Volk, was ein bisschen Ärger bei den Nostrianern gemacht hat. Was haben die denn gemacht? Und wer ist denn dieses Volk, David? Ja, so wie die Andergaster den Org fürchten, der immer wieder beutegierig ins Land einfällt, haben die Nostrianer mit den Torwallern zu kämpfen. Die Torwaller, Torwall ist auch genannt das Land der Freien, das ist ein Volk von Seefahrern, von Amthorlern und eben auch von Piraten. Und die Küsten Nostrias werden regelmäßig heimgesucht von den Drachenbooten der Torwaller, die dort auf Plünderfahrt gehen. Und klar, in Nostria ist kein reiches Königreich. Es gibt dort nicht viel Gold- und Silberzohlen, aber doch eben Dinge wie Schafe für Proviant, für längere Fahrten und den ein oder anderen Wohlstand vielleicht hier und da auch. Und die Torwaller neigen manchmal noch dazu, wenn es ihnen irgendwo gefällt, einfach dort zu bleiben. Und so gibt es die Stadt Kendra ganz im Norden Nostrias oder im Süden Torwalls, je nachdem, wie man das betrachtet, wo die Torwaller eingefallen sind und sich auch aussässhaft geworden sind. Und das ist so ein bisschen eine Furcht, die die Nostria umtreibt, dass die Torwaller eben kommen. Torwall ist kein sehr dicht besiedeltes Land. Die Menschen dort sind meistens in Sippengemeinschaften und in dörflichen Strukturen organisiert. Sie haben auch ein gewähltes Oberhaupt, den obersten Hedmann oder die oberste Hedfrau, je nachdem, wer das Amt innehat. Aber es ist keine so klare Adelshierarchie wie jetzt im Mittelreich oder in Nostria und Andergaard. Also Raphael, sage mal, es sind doch einfach die Wikinger, oder? Ja, die haben natürlich ganz klar Pate gestanden für die Torwaller. Richtig, das sind die Wikinger in dem Sinne. Wikinger-Aventuriens. Ich finde auch immer, ich bin ein großer Torwall-Fan, aber David ja auch, wie ich weiß, wir haben ja beide auch ein Stück weit dazu was geschrieben. Ich möchte Torwall nicht auf die Seefahrt reduzieren. Das ist mir wichtig. Der Torwall hat ein ganz tolles Binnenland auch. Da leben natürlich dann auch kleinere Sippen. Und das ist auch ein Hort für spannende Abenteuer, kann man, glaube ich, auch sagen. Also diese ganze Nordwesten-Aventuriens, eben das Reich der Torwaller, wobei eben Reich in dem Sinne nicht wie ein Mittelreich ist, sondern wie ich da schon dachte, es gibt den obersten Heetmann. Aber selbst wenn der sagt, wir fahren jetzt alle auf Kaperfahrt, dann kommen trotzdem die alle gleich mit davon. Und es werden immer wieder Jaldings abgehalten. Also man kommt zusammen und debattiert lange und trifft Entscheidungen. Oder im Winter zieht man sich zurück und verbringt in den großen Städten wie Torwall, die dann plötzlich drei, vier, fünf Mal so groß sind wie im Sommer, den Winter zusammen, bis man endlich wieder auf See fahren kann. Also das hat schon ein ganz eigenes, schönes Flair und ist nicht vergleichbar mit einem strukturierten Start. Also was muss man noch als neuer Spieler über Torwall wissen? Es gibt die Torwaller, es gibt den Start-Torwall und die Stadt-Torwall. Richtig. Ich selber finde immer, meine Anfänge muss ich ja auch gestehen, als ich mit DSA angefangen habe, da konnte ich, obwohl ich irdisch gesehen Wikinger total spannend finde, konnte ich mit Torwall nicht so viel anfangen. Weil in den Klischee DSA-Staatssachen war der Torwaller derjenige, der einen Bonus auf Körperkraft gekriegt hat. Der hatte eine Achse in der Hand und war strunzendumm, aber hat dem meisten Hiebe ausgeteilt. Das hat mir nie so zugesagt, aber das hat man schön geändert im Laufe der Zeit. Im Torwall gibt es Runenmagie, die so komische Mysterien haben. Es gibt Seher, die Stück weit in die Zukunft voraussehen können. Ob sie das richtig machen oder nicht, ist eine andere Sache, aber zumindest ist das ein bisschen mehr Mysterien. Und man kann auch intelligente Torwaller durchaus spielen. Torwaller Magier, gerade aus Ohlport, ist eine sehr schöne Magierschule mit viel Hintergrund und viel Geschichte. Ich glaube, man darf die Torwaller nicht auf den Piraten reduzieren, wie er am Anfang vielleicht war. Der Pirat, der säuft den ganzen Tag und steckt mit der großen Axt zu. Ja, solche Torwaller gibt es natürlich auch, aber sie sind einfach mehr. Sie sind wirklich, das Tolle an Torwall ist für mich auch dieser Zusammenhalt. Also wenn man einmal auf See zusammen eben ist mit der Torwaller Mannschaft, insbesondere Torwall, ganz, ganz wichtig. Also Mannschaft ist eigentlich auch hier das falsche Wort, denn keine Nation ist so auf Gleichbehandlung bedacht wie die Torwaller. Also da gibt es wirklich Männer und Frauen absolut gleich gehalten und sie hassen Sklaverei über alles. Das ist das Schlimmste. David sagt schon, das sind die Freiheitsliebenden. Deshalb ziehen sie auch gegen alle jene, die die Leute, die Sklaven halten oder Ähnliches tun, wie die Staaten, die im Süden liegen. Und so eine Schiffsgemeinschaft ist einfach oder auch eine Landgemeinschaft auf so einem Hof im Winter, das ist einfach etwas, was dieses Zusammenhaltsgefühl, glaube ich, auch sehr gut transportiert und wo man auch in der Heldengruppe sehr viel miterleben kann einfach. Okay. Dann direkt rechts von Torwall im Osten ist das Gialzka-Land. Wer sind denn Gialzka, Gialzkanada, Gialzkaniden? Gialzka. Einfach nur Gialzka. Gialzka-Länder, wenn man sagen möchte, aber Gialzka ist der Eigenname. Aber die sind schon Barbaren in dem Sinne, das darf man, glaube ich, sagen. Ich mag Gialzka auch sehr, aber sie haben auch eine gute Kultur, aber sie sind doch schon, es geht da sehr rau zu an der Stelle. Klar, auch hier ein Vorbild, wenn man sagt, die Torwälder sind eher die Wikinger, dann waren bei Gialzkan sicherlich so die Schotten, Highlands oder sowas, ein Stück weit, auch haben da Pate gestanden. Man hält sich da relativ einfach in Sippenverbänden. Es gibt zwei, drei größere Orte, ist technisch wirklich ganz weit ab, also nicht sehr weit, sondern freut sich über Handelswaren, die dann auch mal gute Schwertklingen bringen oder so etwas. Es ist aber auch ein sehr selbstbewusstes Volk durchaus. Ein kleines Volk, die Gialzka sind sehr wenige, das muss man auch sagen. Sie haben sehr spektakuläre Sachen, die auch der Natur geschuldet sind. Also es gibt da diese sogenannten Durodun, das sind so Tiergeistkrieger oder so etwas, die dann ein Stück weit Wesenszüge ihres Tiergeists annehmen. Und das kann von einem Wolf im Extremfall auch in Richtung Wollnashorn oder Mammut gehen, also wo es dann wirklich doch mal wirklich groß zur Sache geht. Ihre Schamanen sind auch, also die Mammuts sind da die heiligen Tiere, können mit denen kommunizieren oder können zumindest da haben Kontakt zu Mammuts. Also da geht es schon größer zur Sache sicherlich, aber es ist eigentlich ein sehr kleines Volk. Und sie haben halt auch keine echten Ausgebildeten. Also sie haben wirklich wenig, was in Wissenschaft geht. Es gibt da keine Magierschulen oder Gelehrten, sondern es ist genau dieses Traditionelle, man berichtet der Brennochdun, also der Schamane, gibt es weiter an seinen Schüler, an seine Schülerin und so hält man so ein bisschen Wissen. Und viele Sachen sind auch böse. Dann meidet man die lieber und die Schamanen sagen, da sollte ihr nicht hingehen, dann geht man da auch nicht hin. Also es ist schon ein etwas einfacheres Volk, aber sie können sehr herzlich sein tatsächlich auch da oben. Ein bisschen rau, aber wirklich abiturisch gesehen eher eine kleinere Randnotiz an Größe. Okay, David, hast du da noch was zu ergänzen? Ich glaube, Raphael hat das schon wirklich gut zusammengefasst. Viel mehr gibt es zu den Kerzkern gar nicht mehr zu sagen. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu den schon erwähnten Orks. Westlieb-Torwahl streiten in Königreiche und grenzen aber auch ans Mittelreich. Ich glaube, die wichtigste Info, die man wissen muss, ist, dass Orks in Aventurien nicht grün sind, sondern schwarz. Und deswegen auch Schwarzpelzer. Da frage ich mich ja, aber sonst so normal gefährlich wie andere Orks? Hauen sich gegenseitig einfach nur draus? Keine Ahnung, wachsen wie Pilze? Wie bei Warhammer? Oder eher doch so klassisch in irgendwelchen, es sind irgendwann, waren es mal Elfen, die wurden dann gefoltert und daraus wurden Orks? Oder wie war das, David? Ja, also das, um vielleicht mal damit anzufangen, dass das Land, in dem die Orks leben, ist ein traues Land, ist eher ein Steppenland. Und die Orks bei DSA sind organisiert in Stammeskulturen, auch in unterschiedlichen Stämmen, die sich so ein Stück weit auch angepasst haben an ihre Lebensumgebung. Es gibt die, die ganz klassisch in der Steppe leben, diejenigen, die eher in gebirgigen oder waldigen Regionen leben und die, die in sumpfigen Gebieten leben. Was ihnen aber allen gemeint ist, ist es eben eine starke Territorialität und auch Aggressivität. Und sie ziehen regelmäßig los, um die umliegenden Lande zu verheeren. Wobei es eben so ist, dass sie nicht im Dienste irgendeiner bösen Wacht oder eines mächtigen Zauberers stehen, sondern schon einen eigenen Antrieb haben und auch selbst Anführer haben. Das heißt, mächtige Kriegshäuptlinge oder zauberkräftige Schamanen, die den Weg vorgeben. Und in Aventurien sind die Orks tatsächlich ein eigenes kulturschaffendes Volk. Keine Fehlentwicklung von Elfen oder einem anderen Volk, sondern die haben ihre eigene Tradition, ihre eigene Geschichte und durchaus auch einen gewissen Stolz auf ihr Ork sein. Und sie sind auch im Vergleich vielleicht zu anderen Fantasy-Geschichten oder Fantasy-Rollenspielen keine Massengegner unbedingt. Denn der aventurische Ork ist durchaus, nicht unbedingt was seine Körpergröße angeht, aber was seine Körperkraft angeht, dem durchschnittlichen Menschen durchaus überlegen. Und dadurch, dass die Orks eine Kriegerkultur sind, sind sie eben auch im Kampf trainiert. Und es ist durchaus so, wenn ein aventurischer Held einem Ork gegenübersteht, ist es nicht so, dass das ganz klar ist, der Held gewinnt. Hängt natürlich auch von der Erfahrung und der Ausstellung des Helden ab. Aber grundsätzlich sind Orks durchaus ernstzunehmende Gegner und keine Massenware. Okay, also sie haben ihr eigenes Reich, oder Raphael? Ja, genau. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Sie sind, wie David schon sagt, anders als in anderen Systemen sind das nicht die Schergen von irgendeinem mächtigen Menschen, der sie aussendet, um Ärger zu machen. Die haben ein eigenes Reich, auch wieder in dem Sinne nicht so strukturiert. Aber es gibt da meistens einen großen Anführer. Immer mal wieder, alle Jahre oder alle Jahrhunderte, gibt es da noch wirklich einen erwählten, so einen echten Champion, der dann die Ork-Stämme auch einnimmt kann. Das hat das Mittelreich schon ein paar Mal spüren müssen, weil dann wird es eigentlich ernst. Und was, glaube ich, noch ganz wichtig ist zum Einsortieren, tatsächlich sind die Orks eigentlich deutlich älter und haben eine deutlich längere Geschichte. Also während bei den Menschen, jetzt mal die Tullamiden sind oft länger dabei, aber gerade den Mittelreichern oder die, die in der Westküste liegenden, die sind so seit, ich schätze, Horace ist, glaube ich, zweieinhalbtausend Jahre her, so zweieinhalb, dreitausend Jahre ungefähr in Aventurien und siedeln und tun was. Und der orkische Kalender ist, glaube ich, 36.000 Jahre alt. Also das heißt, da ist man doch schon in einer anderen Liga, wo sich schon Orks da befunden haben und angefangen haben, etwas zu tun, bis denn überhaupt die Menschen dazu kamen, in Anführungszeichen. Also es ist da wirklich anders. Die Orks haben eine lange Geschichte. Davon ist wenig überliefert, ehrlicherweise. Aber man weiß, dass der Kalender ungefähr so alt ist. Und Orks-Schamanen sind durchaus sehr ernst zu nehmende Leute. Und gerade wenn die sich was in den Kopf setzen, dann ist das schon eine echte Bedrohung. Du hast gesagt, direkt nebendran ist dann auch Weiden. Kann das sein, weil du meintest, die kämpfen immer in der ersten Reihe? Genau, man hat Greifenfurt und Weiden. Das sind die beiden mittelreichischen Provinzen, die nah am Orkland sind. Beide auch schon mehrfach überrannt worden oder haben mehrfach auch wiederum die Orks zurückgeschlagen. Das sind so die nördlichen Provinzen des Mittelreichs, die sich auch selber das Schild des Reiches eben nennen. Und immer wieder Ziele für orkische Angriffe aus verschiedenen Gründen. Teilweise aus der Historie. Hier in Greifenfurt liegen alte Ork-Heiligtümer, die die Menschen mittlerweile bewusst oder unbewusst bewohnen oder überbaut haben. Und zu Weiden, das ist so eine Antipathie, war schon untertrieben. Aber es ist auch eine Art des Respekts durchaus. Also der Ork weiß schon, der Weidener Ritter ist der Mensch, mit dem er zu tun hat und an dem er erst mal vorbeikommen muss. Aber das passt ja auch so ein bisschen in die orkische Philosophie, ist zumindest so meine Sichtweise an der Stelle. Die Orks, die lieben Wettstreite, die lieben Herausforderungen. Und die sagen sich, naja, wenn ich Weiden mal geschlagen habe, dann ist der Rest quasi passiert dann da unten. Die können ja nichts verweichlichten. Deswegen suche ich mir ruhig mal die starken Gegner und messe mich mit denen. Das kostet Weiden relativ viel Blut, aber bisher haben sie erfolgreich dafür auch die Stellung gehalten, muss man sagen. Es gibt aber doch auch einen Landstrich mit menschlichen Siedlungen, die von den Orks überrannt wurden und besetzt wurden. Welche sind das? Du meinst das Sweltland wahrscheinlich oder das Swelttal? Früher hieß es das Sweltscher Städtebund. Das ist eben nicht dem Mittelreich zugehörig. Und daher, Anführungszeichen, hat das auch keinen Verteidigungsfall, würde man heute sagen, ausgelöst, als die Orks es überrannt haben. Aber ja, da gibt es eine ganze Reihe von Städten, allen voran das durchaus bekannte Lohwangen, was entweder von Orks besetzt ist oder eben wie Lohwangen Tribut an die Orks zahlen muss, damit die Menschen dort weiterleben können. Und wie lebt sich das da so im besetzten oder jetzt im Ork eingegliederten Gebiet? Ist ein Gebiet für Abenteuer, würde ich es mal nennen. Also gerade Lohwangen ist eine der größeren Städte Aventuriens. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich würde Top 5, also Top 10 auf jeden Fall, aber vielleicht auch in den größten 5 drin, könnte ich mir vorstellen. Hat zwei Magierakademien, Schauplatz unzähliger Abenteuer. Viele spannende Geschichten fangen dort an oder enden dort. Da ist es immer mal gut, als Held vorbeizukommen. Aber natürlich, wenn der Weg dorthin unsicher ist, weil orkische Truppen sich das nehmen können, was sie wollen von einem hellen Zug, das ist ein Stoff für Abenteuer. Andererseits gibt es eben genügend Händler natürlich auch, die sagen so, wo kann man mehr Geld verdienen, als wenn ich nach Lohwangen wirklich es schaffen würde, mal ein paar Waren zu bringen, die die nicht mehr haben. Also da kriegt man richtig viel Geld für. Man muss halt nur irgendwie an den Orks vorbei. Also deswegen, guter Stoff für Abenteuer auf jeden Fall. Da bietet sich das an. Aus Meistersicht finde ich auch immer eigentlich ein ganz guter Ort, um den Spielern manchmal so ein bisschen zu demonstrieren, dann das, was ihr macht, hat Folgen. Das finde ich ja sehr wichtig in Aventurien. Und da geht es mir nicht darum, dass wenn jetzt irgendwie die Spieler einen Geweihten anpöbeln, dass dann der Blitz vom Himmel kommt und die Spieler erschlagen werden, weil das wird nicht passieren in dem Sinne. Aber genau das, wenn ich jetzt halt der Meinung bin, da sind drei blöde Orks, die kommen mir hier krumm, wir sind zu fünft, hauen wir die auch nieder. Kann man machen. Wird ihnen auch gelingen wahrscheinlich. Aber dann kommen vielleicht die Brüder und hauen die Bauern nieder, die in der Gegend wohnen, weil sie sauer auf die Menschen sind. Und ja, also deswegen, da sieht man eigentlich ganz gut, die Helden haben so ein bisschen schwierige Situationen. Also manchmal bietet es sich einfach an, auch wenn man in der vermeintlich stärkeren Position ist, mit den Orks zu kooperieren oder ein Tribut zu lassen, damit die Orks nicht hinter es eben an den unschuldigen Menschen dort auslassen, die sich nicht wehren können, wenn die Helden plötzlich weg sind. Warum hat sich Lohwang und das Weltall, warum waren die, oder sind die nächstes jemand von euch? Raphael, schütteln. Warum ist Lohwang und das Weltall nicht im Mittelreich? Warum sind die kein Teil davon, wenn es eines der größten Städte ist? Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Lande am Svelte, die waren ja früher im Sveltschen Städtebund organisiert, dass die von jeher ihre Unabhängigkeit warten. Ich glaube, es gibt in der Geschichte Lohwangs auch keine Zeit, wo das Teil des Mittelreichs früher mal gewesen ist. Es ist vielleicht auch so ein bisschen wie in realen Entwicklungen, auch dass eben die Menschen, die nicht zufrieden sind mit der Situation im Mittelreich, immer weiter in die Randgebiete ziehen und sich dort ihr eigenes aufbauen. Und ich vermute, dass auch die Länder am Svelte, dass es damit sich ähnlich verhält, weil ich mich nicht entsinnen kann, dass die Region mal Bestandteil des Mittelreichs gibt. Das ist ein Stück weit auch so ein Wild-West-Setting oder ein Setting, was quasi im Jahr erst besiedelt wird, wo auch die, also abseits der Städte, die die menschliche oder auch aktuelle Städte sehr dünn ist. Also wo man sagen kann, dass es vielleicht einfach auch neu landen. Dann ist Orgreich der Schwarze hinter uns und weiter nach Westen gehen. Im aventurischen Alma nach steht da die Wälder des Norden. Nach Osten aber eher. Äh, Osten, genau. Im Osten, im Westen haben wir ja Thorvald und das Kielskerland. Im Westen sind die Wälder des Nordens. Was sind die Wälder des Nordens? Wer wohnt da? Ja, das sind, jetzt kann ich natürlich sagen, es wäre übertrieben, wenn ich sage, dass es die schönsten Reiche der Welt ist, weil ich bin gar nicht so ein großer Elfenspieler. Da habe ich auch selber erst mal einen eingespielt. Aber natürlich sind das im Wesentlichen, zählen dazu die Salamandersteine auf jeden Fall. Die Salamandersteine, das ist tatsächlich das Kerngebiet der avitorischen Elfen. Klar, es gibt auch noch Elfen, die an anderer Stelle leben, aber Au- und Waldelfen kommen aus der Gegend. Und das sind wirklich so, ja, es sind magische Orte, kann man explizit wirklich sagen. Also da sind die Rückzugsgebiete der Elfen, die Wälder sind sehr dicht. Am Rand gibt es auch einige Städte, auch durchaus mit Gerasim, ein Ort, wo Menschen und Elfen gut zusammenleben. Und ja, die Salamandersteine sind ein Ort zahlreicher Mysterien. Da gibt es gerade, wenn es ein bisschen sphärischer wird in den Abenteuern, dann führt man die vielleicht in die Salamandersteine rein. Da gibt es eben einige und sind explizit auch nicht im Detail beschrieben. Finde ich auch sehr gut so, was es da noch alles geben könnte. Denn wie gesagt, die Elfen sind eines der mysteriösen Völkeraventurien. Sie sind aber sehr mit Magie verbunden. Und was es vielleicht noch in den Salamandersteinen für Sachen zu entdecken gibt, das können hoffentlich noch Generationen von DSA-Spielern, Spielleitern und Autoren sich überlegen und dann zusammenführen sozusagen. Okay, also aber grundsätzlich kann man sagen, die Elfenaventuriens kommen alle daher. Ja, nein. Also sie sind heute das Rückzugsgebiet der Elfen. Wir werden ja im aventurischen Podcast noch irgendwann weiter in den Zeitanlern voranschreiten. Die Elfen haben bis tief in das Gebiet, was David ganz eingangs mal nannte, die Wüste Com herein im Süden, Städte gehabt. Bis ganz oben im ewigen Eis hatten sie Elfenstädte. Also die Elfen waren vor einigen Zeitaltern, das sind noch gar nicht so viele her, aber ein paar tausend Jahre sind es schon, waren wirklich verstreut über Aventurien. Aber sie sind eben im Rückgang in die Kultur und sie, man erscheint es so ein bisschen das Urtümliche, wo sie sich hin zurückziehen, wo jetzt die heutigen Elfen im Wesentlichen herkommen. Aber historisch gesehen waren die Elfen schon fast überall, sag ich mal. Man versteht dich gar nicht. Du musst einmal dein Mikro anmachen. Achso, ja, danke. Also wir haben die, es gibt ja kurze Übersicht, würde ich jetzt mal für die Elfen mal dazwischen packen. Es gibt ja Waldelfen und es sind dann die Aue-Elfen. Die Aue-Elfen kommen dort auch, genau. Dann gibt es noch die Steppen-Elfen, die kommen geografisch gar nicht so weit weg aus den Steppen des Nordens, also durchaus in der Nähe der Salamandersteine und ein bisschen exotisch, in Anführungszeichen, was die Verbreitung angeht, sind die Firn-Elfen, die im ewigen Eis leben. Also Firn, Steppen, Wald und Au. Ja. Okay, Frage, was ist der Unterschied zwischen den drei, vier? Ich fange jetzt, mach mal einfach weiter, David. Ich bin gerade so ein bisschen im Elfen, ein Elfenstückchen mehr drin. Also es gibt, ich sage mal so, die Firn-Elfen sind schon ein bisschen die Exoten in dem Sinne. Die leben im ewigen Eis. Das sind so ein bisschen die Harten, sage ich mal in Anführungszeichen. Die wissen, damit ich da oben überleben kann, da muss ich mich durchsetzen können. Nächstenliebe gibt es da durchaus in der Sippe auch, aber das ist eher so ein bisschen diese, eher etwas Gefühlskalteren unter den Elfen, die wirklich wissen, ich muss jagen, um zu überleben. Und im ewigen Eis sind wir auf uns allein gestellt. Und da zählt nur meine Sippe. Die Au-Elfen sind so die typischen Einschlagerelfen, würde ich sie vielleicht mal nennen, was nicht herabwürdigend sein soll. Weil, also wenn man mit dem Elf anfangen kann, vielleicht mit dem Au-Elfen erstmal anfangen. Das sind so ein bisschen die Elfen, wie man sich am ehesten vorstellen kann. Die sind auch am ehesten die Nachfahren dieser alten Elfenvölker, die ich vorhin mal genannt habe. sind also sehr aufgeschlossen durchaus Menschen gegenüber eben. Auch deswegen bietet es sich auch an, die vielleicht zu spielen. Da gibt es auch Legendensänger, die auch alte Geschichten noch kennen und vortragen und auf der Suche sind nach alten Elfenspuren. Die Waldelfen sind dahingehend ein bisschen anders, weil die Waldelfen eben gerade nicht von den alten Elfenvölkern abstammen. Und deswegen auch das Ablehnen, was die Elfen... Man muss sich das so vorstellen, Elfen früher waren tatsächlich auch in großen Städten lebend durchaus dekadenter in einigen Dingen. Und das sind Sachen, die die Waldelfen absolut ablehnen. Die sagen, naja, ihr seid deshalb zugrunde gegangen, weil ihr damals so einen Quatsch gemacht habt. Das will ich überhaupt nicht. Ich lebe hier in meinem schönen Wald und achte die Tiere und passe bloß auf, dass ich nicht an Geld oder ähnliche Sachen überhaupt denke. Also deswegen sind die Waldelfen da nochmal ein Stück weit anders. Die Steppenelfen, da gibt es relativ wenig zu. Da muss ich auch gestehen, bin ich jetzt ganz so Firmen dabei. Es ist ein eher kleineres Volk. Es sind auch so ein bisschen Nomaden eher unter den Elfen. Aber da bin ich jetzt auch nicht ganz so vorbereitet, als dass ich was sagen soll. Das sind die kleinste Elfengruppe, sage ich mal so. Dann, wenn wir die Elfen hinter uns lassen und weiter nach Osten gehen. Oder möchtet ihr auch noch was zum Armandastein sagen? Nee. Dann gehen wir nach Osten zum Bornland, David. Was kannst du mir denn darüber erzählen? Ja, das Bornland, das ist geprägt, wenn man schaut nach realweltlichen Vorbildern, hat das so ein bisschen einen russischen Touch. Also einmal, was so die Kultur angeht, auch die Art, wie die Menschen sich kleiden, auch die Gesellschaftsstruktur. Es gibt dort die Bronjan, das sind die adeligen Herren, die herrschen jeder über seinen Landstrich und über seine eigenen Leibeigenen. Es ist auch so ein bisschen die Stimmung der Menschen, so was leichtem Schicksalsergebnis, melancholisches, haftet den Bornländern oft an. Und es ist auch eine Region, die sehr reich ist an alten Sagen und Legenden und an Märchen und wo auch Traditionen eine wichtige Rolle spielen. Und ja, ich würde sagen so, dass das vielleicht für Neuspieler das Bild mittelalterliches Russland trifft es ganz gut. Bist du wieder stumm? Oh, unglaublich. Kriege ich noch hin. Es gibt auch eine Kampagne, die Theaterritterkampagne. Die spielt Bornland, also es ist auch die erste lange, große Kampagne von DSA 5. Die ist inzwischen auch komplett erschienen. Es gibt auch noch so ein paar kleine Heldenwerksabenteuer. Ein Heldenwerkabenteuer ist im Endeffekt ein Abenteuer, was man im einen, maximal zwei Abenden spielen kann. Die erscheinen mischen boten zusammen. Und da gibt es, glaube ich, zwei Stück plus die sechs Teile für die Theaterritterkampagne, die alle im Bornland spielen. Dann lernt man auch viel über die Geschichte des Bornland. Auch sehr interessant. Ja, gerade diese Theaterritter, das ist eben was Besonderes im Bornland. Das klingt immer, also wenn man zum ersten Mal Theaterritter liest, dann denkt man, das ist eine Laientruppe von Schauspielern. Nein, das ist eben gerade nicht. Das ist eigentlich ein sehr wichtiger Orden, der eben damals in den Ruinen des Theaters von Arivor im Hoasreich gegründet wurde. Oder deshalb heißen die Theaterritter. Und das ist ein Orden, der quasi ins Bornland übergesiedelt ist, um dort die Lande freizumachen von Goblins und anderen. Und die Bornländer heute, gerade die bornischen Adeligen heute, haben allesamt dann nur Stimmenrecht oder sind Adelige, wenn sie eben auf einen dieser Theaterritter sich in der Stammlinie zurückführen können. Deswegen ist das in Theaterritter auch, wenn der Orden noch nicht mehr existiert, der ist vor einigen Jahren oder vor einigen Jahrhundert mittlerweile eben zerschlagen worden, bilden ihre Nachfragen noch sehr wichtige Sachen. Wichtige Personen im Bornland, das sind sehr viele Mysterien, die sie umgeben. Also warum, es gibt dutzende Mysterien, was die Theaterritter dort gemacht haben sollen. Einige von denen werden eben aufgelöst in dieser Kampagne, aber es gibt noch genügend offene Fragen, glaube ich, rund um die Theaterritter, die eben in Bornland eine sehr wichtige Stellung einnehmen, auch wenn der Orden eben nicht mehr existiert. Also man kann sagen, von der Geschichte her, früher war es von Goblins besiedeltes Gebiet und die Menschen haben dann gesagt, so, wir hätten das jetzt gerne und in einem langen Krieg haben die Goblins eine Besonderheit im Bornland ist auch noch mit den Goblins an sich. Das sind die Goblins Rotpelze und diese haben in Festum, das ist die Hauptstadt des Bornlandes, haben dort sogar Bürgerrecht, auch Goblins der Stadtwache und haben da Bürgerrechte, was sehr ungewöhnlich ist auch. Dann gibt es noch ein Volk im Bornland, das wir auch noch erwähnen müssen, dass sie, ich komme immer durcheinander mit diesen beiden. Die Norbaden meinst du wahrscheinlich, weil die in die Wesel ja etwas weiter im Norden sind noch. Genau, dann die Norbaden. Wer sind denn die Norbaden? Mache ich auch mal weiter direkt. Ja, die Norbaden sind tatsächlich so ein fahrendes Volk auch ein Stück weit. Das sind eigentlich in den Sippenverbänden lebende Personen, die meistens als Händler oder ähnliches unterwegs sind, die mit ihren Kaleschkas, ihren Schlitten oder ihren Wagenzügen durch das Bornland reisen, auch weiter in den Norden, auch zum Gjalska-Land hinreisen oder ins Mittelreich runter, um eben Handel zu treiben. Es ist ein sehr, sehr geselliges Volk. Letztlich sind sie eigentlich eben die Nachfahren einer alten Kultur, die vor Jahrhunderten ins Bornland ausgewandert ist. Durchaus auch die Norbaden noch ein Stück matriarchalisch geprägt, weil die Ursprungskultur eben auch sehr als matriarchal gelebt ist, sodass da diese, die Schamanin, nenne ich sie mal, der Norbaden, die oft der Gruppe vorsteht, und die so ein bisschen für den Zusammenhalt der Sippe sorgt. Also das ist wirklich ein sehr, sehr herzliches Volk, aber da muss man auch aufpassen, dass man nicht in die Sippe aufgenommen ist, bevor man sie umgedreht hat. Und es gibt so die, wenn man mit dem Norbaden trifft, kommt man gut weg, wenn man nur drei Sachen gekauft hat und viel Geld losgeworden ist. Die schwatzen einem einfach alles auf. Also wirklich sehr sympathische, aber auch aufdringliche Klassleute, würde ich sie mal nennen. Ja, das heißt, die sind dort, lieben dort, sind nicht, also die Bornländer, es sind nicht alle so gut zu sprechen. Es gibt auch viele, die da die Norbaden eher abwertend betrachten. Aber wie du schon sagst, ein Herzensvolk. Natürlich gibt es Extreme. Dann kommen wir nach Norden, den hohen Norden, und da gibt es noch auf der Karte, wenn man nämlich im Grundregelwerk schaut, da gibt es noch Bialdorn. Was ist denn Bialdorn? Spacht euch das was, beide? Ja, ich weiß wenig, deshalb sage ich mal ein kleines bisschen was, und David kann es gerne ergänzen. Bialdorn ist eine freie Stadt im Norden, die deshalb eigentlich Berühmtheit hat, weil dort der wichtigste Firun-Tempel Aventuriens stand. Also dann kommen wir jetzt ein bisschen ins Göttliche rein, das haben wir bisher ein bisschen ausgespart, aber tatsächlich von einem der wichtigsten Götter Aventuriens, ich glaube, das machen wir wahrscheinlich nicht mehr in dieser Runde, da sprechen wir auch noch demnächst drüber, da gab es halt in Bialdorn ein Tempel, der Tempel des Gottes der Jagd und des Winters. Dafür war Bialdorn einfach bekannt als ein Pilger, das hat aber auch hingereist, und es fiel dann allerdings vor einigen Jahren eben unter die Herrschaft von Dämonendienern, der Tempel wurde auch zerstört und ist jetzt aber wiederum vor einigen Jahren endlich befreit worden. Ja, ist ein kleiner Ort, vielmehr weiß ich darüber auch gar nicht, David, ich weiß nicht, was du ergänzen hast, ich kann eigentlich mal nur diesen Firun-Tempel dort haben. Genau, ich glaube, dafür ist der Ort auch am bekanntesten, also Bialdorn war eigentlich mal der äußerste nördliche Außenposten der Theater, die das Bornland besiedelt haben und hat aber dann später irgendwann seine Unabhängigkeit erreicht und gilt so ein Stück weit, wahrscheinlich für die Menschen, Bornland ist alles nördlichster zivilisierter Punkt, also eben auch Stationen, wenn man eine Reise oder Expedition noch weiter in den Norden plant und ist auch, ja, Pilgerziel eben durch den berühmten Tempel. Ist keine besonders große Stadt, auch für aventurische Verhältnisse. Also der Tempel steht dort und ist bekannt. Dann der hohe Norden, was gibt es da noch so? Du hattest schon diesen erwähnt, die leben da, und die ist hier in Elf. Lebt da noch wer, was bekannt ist, was man kennen sollte? Es gibt eine Stadt namens Parvi noch, die, ich weiß noch gar nicht, ob sie formal zum Mittelreich gehört oder sowas, aber bin ich mir gar nicht sicher oder mal dazu gehört hat zumindest. Bis vor nicht allzu langer Zeit war das eben auch eben jenen Dämonen, die dann auch Bialdorn genommen haben, unter der Eiskönigin, nenne ich sie mal, Glorana, beherrschtes Gebiet, ist aber eben vor einigen Jahren befreit worden. Und da oben leben eigentlich, sage ich mal, auch wirklich nur entweder die gescheiterten Existenzen, die woanders es nicht mehr wiedergefunden haben oder welche, die abgeschoben wurden oder wirklich solche, die sagen, ja, ich möchte eisernen Willen haben, ich möchte mich durchbringen. Also da oben ist wirklich, da ist nichts Schönen, Anführungszeichen. Da ist halt ewiger Winter, ein paar wie Marken, ein paar Wochen im Jahr vielleicht eisfrei sein, dass da mal Schiffe anlegen können. Es gibt noch Glündhafen als anderen Ort weiter im Norden, da ist noch ein wichtiges Prajus-Kloster, um wieder bei den Göttern anzukommen. Sehr spärlich besiedelt, wie gesagt. Die Wesen gibt es noch, da sind auch so Stammesverbunde von Menschen, meistens sehr, sehr viele Rothaarige dabei, sind ein Volk von Jägern und die sich sehr den Wölfen sehr nahe fühlen. Die haben halt eine eigene Glaubenswelt, wo sie an die Himmelswölfe glauben und sind sehr naturverbundene, hervorragende Pferdenleser und Jäger, aber ja, naturverbundene Eiskenner, würde ich sie mal nennen. Ansonsten ist da wirklich nicht viel zu holen, ehrlicherweise. Natürlich gibt es auch immer wieder Geschichten über Gold oder Ähnliches, wo man da oben finden kann, wie das so ist in den entlegenden Gegenden, aber überall ist Eis erst mal. Es gibt auch ein Abenteuer, ein Hardcover-Band, Die Klingen der Nacht, der spielt auch dort im Norden. Hier mein Gruß an den Meister Max, der meistert uns das gerade, da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und dann, wo du die Himmelswölfe erwähnt hast, die haben wir doch schon mal irgendwie auch gehört, oder? Wie war denn das in einer unserer letzten Folgen? In der letzten? Vorletzten? Ich glaube, es war in der letzten, ich bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Die haben ja damals für etwas Unruhe gesorgt und als die Götter wütend wurden, sag ich mal, haben wir die Himmelswölfe losgelassen. Ich weiß aber auch nicht mehr, in welcher Zeit das war, ehrlicherweise. Aber ja, die sind uns in der Geschichtsstunde schon mal begegnet, genau. Und insbesondere Graufang, der ja ausgeschickt wurde um den, ja. Der Güldene. Okay, dann haben wir jetzt den hohen Norden, den eisigen Norden. Gehen wir wieder nach Süden. Bevor wir im Mittelreich ankommen, gibt es noch Steppen, wo die Elfen wehen. Das Dominium Donnerbach. Was ist denn das, David? Ja, dazu kann Raphael wahrscheinlich mehr sagen als ich. Ja, stimmt. Der hat die Direktion auf jeden Fall schon Abenteuer publiziert. Genau, stimmt. Da kann ich ein bisschen was zu sagen. Das Dominium Donnerbach ist tatsächlich auch eine freie Stadt, die nicht dem Mittelreich angehört. Auch da hatten wir viel Konflikt mit den Orks. Die Stadt ist aber eine wichtige Stadt im Rondra-Kult. Also jetzt machen wir langsam die Götter. Da fangen wir ja stärker aufzuzählen. Dort ist ein sehr wichtiger Rondra-Tempel. Es ist auch eine sehr wichtige Rondra-Geweihte. Und eigentlich war es bisher immer nur die kleine Stadt Donnerbach, um ein bisschen herum an Rittergütern. Aber in besagtem Abenteuerband Sturm geboren, entscheidet man im Dominium. Wir müssen auch mal uns ein bisschen expandieren, uns nach Osten begeben und fängt dort an, eben diese Hardorper-Ebene, die etwas östlich davon gelegen ist, zu besiedeln. Und genau, es ist halt auch, ich sage mal, ein Stück weit, man ist sich relativ nah mit Weiden. So will ich es mal formulieren. Es ist so ein bisschen ähnlich wie in Weiden. Man gehört nicht dem Mittelreich an, aber Rondra ist das Mittel der Wahl. Man hält die Rittertugenden hoch und stellt sich gegen den Ork. Also so gesehen hat man da schon einige Gemeinschaftskeitscheidungen. Also du hast, es gibt ein Abenteuer, Donnerwacht 1 und 2? Ja, Donnerwacht hat nichts mit Donnerbach zu tun, irritierenderweise. Aber ja, Donnerwacht wird mittlerweile als Hardcover erhältlich, was beides enthält. Das spielt eher im Sfälische Städtebund und im Orkland. Aber im Dominium Donnerbach gibt es den Band Sturmgeboren. Der ist noch aus DSA 4-Zeiten. Ich weiß nicht, wie der noch erhältlich ist. Da geht es um die Besiedlung der Hardopper-Ebene tatsächlich. Das war auch mein erstes Abenteuer für DSA, ja. Ah, okay. Naja, dann wieder was gelernt. Okay, also Donnerwacht ist also im Sfälter, wo wir schon gesprochen haben. Und dann das andere warten wir noch, dass etwas Neues rauskommt. Okay, gehen wir weiter ins Mittelreich. Im Mittelreich gibt es ja noch etwas Dunkleres, etwas, was im Schattenlande. Könnt ihr mir darüber erzählen? Ja, du hast schon ganz richtig gesagt, es liegt im Mittelreich, war auch früher ein Teil des Mittelreichs, ist also quasi ein Stück erobertes Mittelreich. Und das war, oder ja, findet seinen Ursprung in der Eroberungsfeld zu Boabaraz, der auch noch eine wichtige Rolle spielen wird, wenn wir uns weiter mit den Zeitaltern beschäftigen. Und der hat, also was die eventurische Geschichte angeht, ungefähr 20 Jahre in der Vergangenheit, weite Teile des östlichen Mittelreichs unter seine Kontrolle gebracht. Boabaraz ist ein mächtiger Schwarzmagier und Dämonenpaktierer gewesen. Und ein Teil dieser Lande konnte wieder zurückerobert werden vom Mittelreich. Ein Teil ist aber immer noch unter der Herrschaft der Nachfolger Boabaraz. Boabaraz selbst wurde besiegt und verbannt. Aber seine Erben haben sich dann festgesetzt, so ein bisschen wie bei Alexander dem Großen und dessen Egonen. Jeder hat sich so einen Teil geschnappt und da sein persönliches Königreich draus gemacht. Und ein guter Teil wurde eben vom Mittelreich wieder befreit. Ein Teil ist aber immer noch da. Er liegt im nordöstlichen Mittelreich. Und dort findet sich in vieler Hinsicht ein Entzerrbild der Situation im Mittelreich. Das heißt, es werden eben nicht die guten Götter verehrt, sondern die bösen Erzdämonen. Es gibt keine Gerechtigkeit, sondern eben ein System aus Ungerechtigkeit, unter dem die Menschen leiden. Es herrscht keine gute Kaiserin, sondern es herrschen da brutale Tyrannen, die sich eben mithilfe von Dämonen und schwarzer Magie und Gewalt an der Macht halten. Und das Mittelreich spürt sehr wohl diese schwärende Wunde und versucht das auch zurückzuerobern, aber ist eben bisher noch nicht gänzlich zum Ziel gelangt, sodass es da für Helden immer viel zu tun gibt. Sei es, dass eine Person von dort befreit oder gerettet werden muss oder etwas dorthin gebracht werden muss, herausgebracht werden und Ähnliches. Da gibt es doch jetzt auch ein großes letzte Band, das mit dem Leonardo, mit dem aviturischen Leonardo da Vinci, der den Dämonen verfallen ist. Ja, ich meine Spitterdämmerungszyklus, da sind ja die meisten Bände noch zu DSA 4-Zeiten entschieden, aber der letzte ist jetzt tatsächlich zu DSA 5 erschienen und handelt um die, ja eigentlich um die Hauptstadt des dunklen Reiches, dort Jolgur Mack geheißen. Und da müssen die Helden eine besondere Mission herein tatsächlich, hoffentlich mit Erfolg zumindest. Aber es gelingt, ohne jetzt hier zuvor wegzunehmen, es wird auch den Helden nicht gelingen, diese Stadt auszulöschen und die Fahnen des Reiches zu hissen, aber sie können eben schauen, dass sie dort einen Teilerfolg und sicherlich wichtigen Teilerfolg erringen können, wenn sie gut sind. Und da müssen sie echt gut sein, weil das ein Abenteuer ist, was sie dann sehr, sehr erfahrene Helden richtet. Hast du jetzt gerade ein Abenteuer gespoilert? Oder ist das eigentlich so allgemein Wissen? Weiß ich nicht, also ich kenne mich dann ja auch, weil das war in einer Zeit, wo ich die DSA nicht so tief verfolgt habe, die ganze... Ich habe jetzt nicht zu viel gespoilert, hoffe ich, sonst musst du es rausschneiden. Aber ich meine, es ist der Späterdämmungszyklus, das sollte nicht verwundern, dass man dorthin reist. Und ich habe ja explizit nicht gesagt, was die Mission ist und worum es geht. Aber ja. Und der Status Quo, der im Alma nach Gesetz wird, wird dadurch auch nicht angefochten. Das heißt, es geht weiter. Naja gut, dann ist es ja auch kein Spoiler. Okay, wir haben jetzt eine Stunde. Wir haben den mittleren und den nördlichen Teil Aventuriens schon mal besprochen. Ich würde vorschlagen, wir werden eine weitere Folge mit dem südlicheren Teilen machen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir im nächsten oder im dritten Teil dieser Einsteiger-Folgen dann die Götter machen. Die haben wir jetzt mit Absicht zwar hier und da mal erwähnt. Also ihr habt jetzt mal gehört, es gibt Rondra, Prajos, noch andere. Und wenn ihr unseren Podcast bis hierhin schon mal gehört habt, dann habt ihr eh gehört, es gibt ganz viele Götter, also nicht nur die zwölf. Und das machen wir aber in einer eigenen Folge. Das würde jetzt zu sehr in das Weltliche, glaube ich, eingreifen. Okay. Ihr nickt beide, das freut mich. Dann habt ihr zum Mittelreich, zu dem nördlichen Reichen irgendetwas hinzu? Wir sind jetzt verhältnismäßig wenig im Mittelreich unterwegs gewesen oder beziehungsweise andere sehr detailliert beschrieben. Aber ich glaube, genau, da ist es wesentlich gesagt, wir würden es wahrscheinlich auch, wenn wir die südlichen Reiche beschreiben, nochmal vielleicht da ein bisschen was zu Almada oder so erzählen, wo man nochmal Übergänge hat. Aber ja, ich glaube, passt aus meiner Sicht. Ja, wirklich. Was man vielleicht noch sagen kann, was einfach eine Besonderheit von Aventurien ist, dass diese unterschiedlichen Reiche und Kulturen sehr dicht aneinander bappen. Das heißt, wir haben auch Länder, die quasi direkt benachbart sind, aber scheinbar einen ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen und technischen Fortschritt haben, sodass, ja, man manchmal das Gefühl hat, na ja, die müssten doch, das eine Land müsste dem anderen ja hoffnungslos unterlegen sein. Das ist aber dann doch so, oder man entdeckt, finde ich, immer wieder ganz gute Begründung, warum das eben doch alles miteinander funktioniert und diese Länder eben auch alle ihre Existenzberechtigung oder sie sich behaupten können, eben im Widerstreit der Staaten. Und ich glaube tatsächlich auch, dass der noch kommende Südaventurienteil und vielleicht ergänzende Mittelaventurienteil da auch nochmal ganz gut zeigt, dass da eben auch so ein Gleichgewicht der Kräfte besteht, weil eben nicht einfach ein großes Reich an anderes überfallen kann, ohne dann sich Sorgen machen zu müssen, eben um seine anderen Landesgrenzen. Okay, aber ich höre auch raus, hier wird Gerd noch ein bisschen mehr aufs Mittelreich eingehen, oder? Ich stelle nur fest, wir haben, glaube ich, mehr über Nostria und Andergast erzählt als über das ganze Mittelreich. Aber das ist für mich okay. Also müssen wir nicht tun. Mir ist es egal. Wir können ja mal die Zuhörer abstimmen lassen. Ja, oder wir hängen jetzt einfach noch zehn Minuten ran und sprechen nochmal über das Mittelreich. Das, glaube ich, das machen wir jetzt nochmal zum Schluss. Das Mittelreich. Ihr habt schon gesagt, es gibt Weiden, es gibt noch andere Sachen. Wir haben Weiden, Tobrien, was wir gesagt haben, ganz im Osten, dann südlich von Tobrien die Sonnenmark. Was könnt ihr mir über die Sonnenmark und gleich daneben ist noch die Wangerunkerei. Was könnt ihr mir über die erzählen? Ja, das sind verhältnismäßig kleine Teile des Mittelreichs. Das muss man mal im historischen Kontext sehen. Historisch hatte das Mittelreich im Osten zwei Fürstentümer beziehungsweise Herzogtümer, nämlich Dapazien und Tobrien. Aber genau die sind eben damals von eben jenem Borbarat überrannt worden. Tobrien fast vollständig, Dapazien auch in so weiten Teilen. Und es ist dann, jetzt kommen wir zu den Göttern, unter einzelnen Aufbietungen einzelner Kräfte gelungen, eben Teile herauszulösen. Zum Beispiel ist die Sonnenmarke, die Gegend um die Stadt Beilung, die wurde nicht eingenommen, weil dort ein wichtiger Prajostempel steht und durch ein großes Prajostempel der Übergriff verhindert wurde. Und daraufhin hat damals man entschieden, dass man daraus an die Sonnenmark macht, als eigene, ich glaube, es ist eine Markgrafschaft, meine ich, die eben sehr, sehr prajostgläubig ist, weil man dort eben gesehen hat, was der Gott kann und der sich wirklich jahrzehntelang in diese kleinen Flecken geschützt hat. Und ähnlich ist es eben mit der Traviamark, wo man, das ist ja mal im Wesentlichen der Teil der Parziens, der irgendwie doch ein Stück noch von der Traviakirche gehalten wird, aus Romilis heraus, wo man auch eine Markgrafschaft gefunden hat, die jemals zum Dapazien gehörte, wo man jetzt sagt, naja, das stellen wir mal unter die Herrschaft einer Markgrafschaft, machen es eben nicht ganz so groß. Mittlerweile müsste sogar fast alles zurückerobert sein, ich weiß es gar nicht genau, David. Aber von Dapazien ist, glaube ich, eigentlich wieder alles da, aber man hat trotzdem entschieden, das nur als Markgrafschaft zu machen, vielleicht auch, weil Dapazien so ein hoffnungslos zerstrittenes Fürstentum früher war, aus zwei Adelsfamilien, die sich auf den Tod nicht leiden konnten, und da wollte man, glaube ich, auch jetzt ein bisschen Regeln vorschieben. Ja, und Varun Kai ist ähnlich, ist auch eine Markgrafschaft, die wiederum sehr unter dem Stern der Rondra-Kirche steht, weil Varun eben auch ein wichtiger Tempel der Rondra ist, wo auch es in einem sehr, sehr, wie ich finde, sehr guten Band, Donner und Sturm, dem letzten Donnersturmrennen, die Helden auch einiges miterleben können, also der ist zwar auch schon ein bisschen älter, der Band, aber den kann ich auch nur sehr empfehlen, hat beziehungsweise in meiner Runde viel Spaß gemacht, da kann man so ein bisschen was miterleben und erkennen, warum ist Varun für die Rondra-Kirche so wichtig und wird eben von der Rondra-Kirche gehalten und da hat man auch eine kleine Markgrafschaft eben rausgemacht aus der Gegend dort. Direkt daneben ist die Rabenmark, David? Genau, die Rabenmark war Bollwerk gegen, ja, gegen ein Erbenreich und aus der Rondra-Kirche, die quasi vor allem die untoten Beschwörungen zur Perfektion getrieben haben und war quasi, also, ja, ein kleiner Zuschnitt, der eben auch direkt ein Bollwerk bilden sollte, direkt an der Front gelegen und der zunächst in die Obhut, in die Herrschaft eines kirchlichen Ordens gegeben wurde und dann später eben umgewandelt wurde in ein weltliches Lehen und jetzt wieder, ja, eine normale Markgrafschaft ist, eben mit einem weltlichen Herrscher auch. Das ist ein bisschen ein düsteres Land, auch ein düsteres Setting, also da ist viel Nebel und da gibt es viele Gräber und da gibt es auch noch vereinzelt Untote, die umgehen und das ist auch so ein bisschen ein Wiederaufbausetting, aber auch im Vergleich zu anderen Provinzen des Mittelreichs würde ich sagen, eine sehr kleine Regierung. Okay, direkt daneben haben wir einmal die Romilyse, Mark und nördlich davon Weiden. Beiden haben wir ja schon, denke ich, gut besprochen. Was ist denn die Romilyser Mark? Ja, die habe ich eben schon als Taviamark bezeichnet, das war, glaube ich, der Name vorher, aber das ist im Wesentlichen das, genau, ja. Okay, dann südlich davon haben wir Perikum. Perikum. Ja, ist auch so eine kleine Markgrafschaft, so ein bisschen eben der Sandwich zwischen dem ehemaligen Tobrien und dem angrenzenden südlichen Reich Arranien. war lange Zeit auch für die Rondrakirche wichtig, war früher der Haupttempel der Rondrak in Perikum und ist eben der wichtigste Kriegshafen des Mittelreichs, was die Ostküste angeht. Also ist schon sehr, ja, sehr militärisch bedeutungsvoll, so will ich es mal nennen. Hat auch eine sehr interessante Magierschule mit der Schule der Austreibung, wo nämlich die Exorzisten leben und wo tatsächlich auch die ganzen Irrengeister Abituriens, sag ich mal, von der Schule der Austreibung betreut werden. Also so manche Wahnsinnige oder dem Verstand verlorener Schwarzmagier oder so etwas mag da noch sein Dasein fristen und wird von den Exorzisten dort bewacht oder auch ausgefragt. Also das ist ein ganz heites Setting, finde ich, dort vor Ort. Okay. Dann haben wir das Herz vom Mittelreich, Garizien mit der Hauptstadt Garit und dem, du hast gesagt, da war mal die Burg der Kaiserin. Ja genau, Garit ist die Hauptstadt des Reiches und hatte auch die neue und alte Residenz, also gleich mehrere Kaiserschlösser, aber im Jahr des Feuers gab es dann ein paar Tragödien, die ich jetzt auch nicht näher ausführen möchte, auch wenn das eigentlich schon ein bisschen länger heißt als Abenteuer, aber seitdem ist die Kaiserin eben auf Durchreise, zieht von einer Pfalz zu anderen und ist sicherlich auch ab und zu mal in Garit, aber auch die Hauptstadt, also die ganzen Reichsapparat, die ganze Verwaltung ist nach Ellenwina damals verlagert worden. Ich glaube, die ist auch immer noch in Ellenwina, David, meine ich. Genau, ja, also Garit ist zwar formal noch sicherlich die größte Stadt auch, aber sie beherbergt nur noch höchst selten die Kaiserin und die kaiserlichen Beamten sind eben auch nach Ellenwina ausgelagert. Okay. Haben wir westlich, beziehungsweise erst noch nordwestlich Greifenfurt, hast du auch schon mal erwähnt, die andere Mark gegen das Orkland. Was können wir über Greifenfurt noch so erzählen? Ich würde sagen, Greifenfurt ist auch eher dünn besiedelt, eben geplagt von Orküberfällen immer mal wieder. Es leben dort auch eher einfache, fromme Menschen, auch sehr preiosgläubig, also glaube an den Gott des Lichts und der Rechtsprechung und es ist auch eher ein traditionell geprägter ritterlicher Land. Und dann haben wir Kosch, dem Kosch, die Kosch, den Kosch, genau, das Fürstentum Kosch und das ist ein sehr, ja, so ein bisschen ein gemütliches Land im Kosch, sagt man immer, da passiert nicht viel und da passiert auch in den nächsten 100 Jahren nicht viel, da sind starke Beharrungskräfte, die Menschen im Kosch sind sehr ruhig und gelassen, unaufgeregt, es gibt dort auch Zwerge, das Volk der Hügelzwerge ist im Kosch beheimatet, unter anderem und, ja, die Koscher sind so ein Land der, ja, der Tradition auch, es wird dort vollzügliches Bier gebraut, das in alle Regionen Aventurien exportiert wird und man, ja, betreibt dort vor allem auch eben Landwirtschaft, traditionelles Handwerk, es ist keine besonders kriegerische Regierung. Okay, von Kosch, Almada, ich glaube, Raphael, dort ist Almada schon mal irgendwie hier und da erwähnt. Genau, Almada ist so ein bisschen das spanische Setting, sag ich mal, ein Stück weit, wo man auch den Einfluss eben, wo wir später sprechen werden, den südlichen Reichen sieht, wo es halt eher so ein bisschen Arabisch zugeht, so ein Land der heißblütigen Caballeros, wo man Wein schätzt und Pferde und schnell mit dem Degen zur Hand ist, um die Ehre zu verteidigen oder so etwas, also wirklich grenzt sich schon deutlich ab von anderen Provinzen im Mittelreich, war auch für einige Zeit lang unabhängig, dann gab es ein Gegenkaisertum, was das aber auch mittlerweile eben Geschichte ist, ja, also wirklich eigentlich ein direkter Gegensatz zum Kosch, den wir gerade hatten, also Almada ist immer was los und die Leute wissen da auch zu feiern oder sauer zu sein und zu kämpfen und Hauptsache, es bleibt nicht stehen, sondern irgendwas passiert, sag ich mal, ja. Okay, dann nördlich von Almada und westlich von Kosch sind die Nordmark, können wir über die sagen? Auch ein Land der Traditionen und auch ein Land der gestrengen Adelsherrschaft, die Nordmärker wissen alle genau, wo ihr Platz ist, jeder hat seinen Platz in der göttlichen und weltlichen Ordnung, es gibt eben dort, sagte Raphael schon in den Lenwiner, die Reichsverwaltung, das heißt die Schreibstuben und die Verwaltung des Kaiserreiches, die Archive und ja, auch den Reichsgerichtshof und in den Nordmarken ist man Magie gegenüber und Magiewirkern eher misstrauisch bis feindselig gegenüber eingestellt, es gibt dort auch nur eine einzige Zauberschule, eine weiße Akademie, die aber auch eher so ein Nischendasein führt und ja, man kann sagen, die Nordmärker stehen so ein bisschen in dem Ruf, wenn es zur Schlacht geht, kommen sie gerne zu spät, sie kommen immer erst nach der Schlacht an, das hängt ihnen so ein bisschen nach. Soweit ich weiß, übrigens, allein deshalb geschuldet, weil bei der größten Schlacht, die es bisher gab, so lange die amateurische Geschichte hat man schlichtweg Redaktions- oder Autorenseitig vergessen, dass das Nordmärker ja auch Truppen entsenden sollten, also bei der Aufseilung fehlten sie einfach und dann hat man im Nachhinein so gedreht, die sind einfach nur zu spät gekommen und seitdem ist das ein Running Gag, dass die Nordmärker eigentlich immer zu spät kommen mit ihren Truppen, wohl weiß nicht damals auch beim alten Herzog Gerst Gorsam sicherlich nicht ohne Kalkül, der lieber seine Leute schonen wollte und sie deshalb ein Stück weit etwas langsamer, aber das wäre jetzt böse Nachrede bei einem armen alten Herzog, aber das mag er mir nachsehen. Okay, dann Albania direkt an der Küste, was können wir über Albania? Ja, Albania ist ein Reich, wo man eben sehr nah mit Feen ist, also es gibt ja sehr viele Feenlobulen, mit Farindl, eine sehr mächtige und bekannte Feen, den Farindlwald auch, mit Hawena eine sehr große Stadt, die für viele Spiele auch so der Erstkontakt mit DSA war, weil es die erste echt groß beschriebene Stadt war. Das sind auch durchaus, also sie haben so ein paar torwalsche Wurzeln auch, also sind auch sehr freiheitsliebende Leute, die auch sich schon ein paar Mal vom Mittlerleicht mindestens einmal haben losgesagt haben und sich erst recht nicht sagen lassen wollen, was ihnen aus Garret oder so oder Ellen Wiener, die Nordmärker kann man schon gar nicht leiden, was auch irgendwie verständlich ist. Die einen sind eben sehr autoritär denkend, traditionalistisch und die Albania sehr freiheitsliebend und bestehen auf ihre Sachen, also die geraten regelmäßig aneinander. Ja, ist so ein bisschen so ein keltisch-irisches Setting, würde ich es mal nennen, angelegt und ja, das glaube ich, dass man sagen kann. Und haben wir denn die letzte Provinz im Süd-Albernia? Ja, die Markrauschaft Windhark, das ist auch ein, würde ich sagen, eher dünner besiedeltes Gebiet, sehr felsig, gebirgig, gibt es viel Wildnis, gibt es auch eine Menge Räuber und Schmuggler, die das Land unsicher machen, auch Orks und Goblins leben da, wilde Tiere, Westwinddrachen findet man dort und Piraterie ist auch nicht selten gesehen. Es ist auch eher eine, ja, eine raue Provinzland, das Helden braucht. Ja, es ist, glaube ich, generell, Aventurien braucht das Helden. Das stimmt. Gut, dann haben wir das Mittelreich jetzt abgeschlossen, vorerst, also wir werden zu den ganzen Reichen irgendwann in späteren Folgen Schichte der einzelnen Reiche oder Grafschaft nur genauer beleuchten, das ist jetzt erstmal nur grober Überblick. Dann würde ich sagen, haben wir noch irgendetwas vergessen zu erwähnen jetzt, was ihr noch erwähnen möchtet? Raphael. Jetzt sind wir lieber still, bevor es nochmal zehn Minuten extra gibt. Ja, okay, super, dann danke ich euch schon mal für die Zeit, denn das Thema vor dem Thema ist jetzt das Thema nach dem Thema, was ich am Anfang irgendwie dann vergessen habe, weil ich so einen tollen Einstieg hinbekommen habe, den ich so selber nicht erwartet habe. Ihr schreibt gerade, oder Raphael, ihr schreibt beide, glaube ich, an, es gibt ein Crowdfunding, Ulysses hat ja dieses Alte Männer spielen, alte Spiele, und Ulysses publiziert Alte Spiele neu, und was macht ihr denn da gerade? Genau, das ist eher ein kleinerer Auftrag, da sind wir auch mit relativ vielen Autoren dran tatsächlich, oder die ist ja schön verteilt, da werden halt alte Bücher, Grimmshans fallen, diverse klassische Beschreibungen, so universal, Fantasy-Unterstützung, sage ich mal, neu aufgelegt, also wirklich im Sinne auch echt nur neu aufgelegt, ohne Änderungen, und da wird es eben von uns einen Part geben, wo wir mal aufschreiben, was bedeutet das eigentlich für Aventurien, wie kann man diese Dinge in Aventurien verwenden, was steckt da regeltechnisch hinter, oder was könnte bei einem Setting passieren, oder so etwas, ja, und ich hatte eingangs schon gesagt, ich bin überrascht, bei einer oder anderen Sache zu sehen, aha, möglicherweise kommt der ein oder andere DSA-Zauber also daher, da merkt man doch, dass es zeitlich irgendwie zusammenpasste, diese Werke und das Entstehen von DSA. Ja, und dass sich auch immer wieder Dinge gegenseitig beeinflussen und befruchten, weil man eben Ideen liest und übernimmt und auch Dinge miteinander in Verbindung setzt und dadurch wieder was Neues entsteht. Okay, super. Dann, ich danke euch beide für die Zeit, für die Expertise, es hat mir schon wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten ein bis x Folgen Aventurien DSA für Einsteiger. Euch da draußen, danke für die Aufmerksamkeit. Und falls ihr Fragen noch habt zu den Teilen, die wir bis jetzt schon besprochen haben, stellt sie uns über, wie ihr möchtet, E-Mail, Facebook, Homepage, YouTube, überall. Und danke für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend, schönen Morgen, Mittag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss auch von mir.